Musik Der Kurort Bad Füssing ist bekannt für vielfältige und abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten. Sie haben die Wahl aus einem nahezu grenzenlosen Angebot an Sport- und Freizeitaktivitäten. Ob Sie zu Fuß den Kurort Bad Füssing näher kennenlernen, eine Wanderung zu den nahegelegenen Innauen oder eine kleine Spritztour mit dem Rad unternehmen wollen. Die Landschaft rund um Bad Füssing ist ideal für erholsame und spannende Ausflüge. Spaziergänge und Wanderungen können sich beispielsweise bis zu den nahegelegenen Innauen, dem Vogelschutzgebiet Unterer Inn, erstrecken. Für Interessierte besteht auch die Möglichkeit, an speziellen Kräuterwanderungen teilzunehmen. Musik Den sportlichen Kurgästen liegen insgesamt 430 Kilometer Radtour zu Füßen. An idyllischen Flussauen entlang, durch Wälder und Naturschutzgebiete auf überwiegend flachem Gelände. Erleben Sie herrliche Naturlandschaften und kulturelle Sehenswürdigkeiten. Wählen Sie einen oder auch mehrere Wege aus, den für Sie speziell zu finden. Sie sind einfach zu erkennen, da Sie mit einer ausreichenden Beschilderung gekennzeichnet sind, die außerhalb des Zentrums beginnt. Eine Rad- und Wanderkarte Bad Füssing im Pocket-Format mit den schönsten Touren können Sie um nur 4,95 Euro im Kur- und Gäst-Service-Bad Füssing erwerben. Geführte Wanderungen oder Radtouren finden mehrmals wöchentlich bei guter Witterung und einer Mindestteilnehmeranzahl von 5 Personen statt. Für Kurgäste mit gültiger Bad Füssinger Kurkarte ist die Teilnahme kostenlos. Der Treffpunkt ist, wenn nicht anders vermerkt, beim Kur- und Gäst-Service in der Rathausstraße 8. Weitere Informationen und die aktuellen Gästemagazine mit den genauen Terminhinweisen erhalten Sie beim Kur- und Gäst-Service in der Rathausstraße 8.